So, es ist jetzt kurz nach sechs, strahlend schöner Sonne und ja, wir packen jetzt unsere Sachen ein. Runden aus dem Hotel die letzten Sachen, aus dem Zimmer raus. Ja, dann holen wir unser Lunch-Paket ab, was für uns vorbereitet worden ist. Ja, dann machen wir uns auf den Weg nach Kiew, um unsere Tochter abzuholen. Und da sind wir schon sehr aufgeregt, noch mehr gespannt, noch mehr weiß ich nicht was alles. Dass es jetzt endlich alles klappt und soweit ist und wir morgen unsere Tochter sehen können. Wir wünschen uns eine gute Reise. Bis später. Tschüss.